Der Elias, das ist der Kinderficker, Alter. Ich bin ja der Kinderficker, der fickt dich da alle. Dieser miese schwarze Bastard und Alter, wenn wir dann wiederkommen, dann sind halt unsere Freunde da, schaut er dann seit und dann geht er abend eigentlich erst los, aber ich hoffe, das wird dann nicht dunkel. Ich meine, seine Fäuste, die sieht man nicht im Dunkeln, oder? Ich denke, das war eher ein Koreaner. Mach! Ich habe einfach nur Angst, dass wir jetzt unser Essen nicht kriegen, weil wir es total daneben benehmen. FÜG DEINE OMA! Die Bahn ist voller Menschen. Hitler! Mein Name ist Gargamelius und ich komme um zu kacken! Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. lerinischen Fäigenschweine Bauer ARD Text im Auftrag von Funk